Maria Montessori gehört zu den großen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Bekanntheit erlangte die italienische Ärztin und Pädagogin durch die Entwicklung ihres pädagogischen Konzepts, der Montessori-Pädagogik, in dessen Mittelpunkt das Kind als eigenständige Persönlichkeit steht, das geachtet und respektiert werden muss. Das Montessori-Konzept hat sich weltweit verbreitet und etabliert. Allein in Deutschland gibt es über 1000 Kinderhäuser und Montessori-Schulen. Was sich genau hinter diesem Ansatz verbirgt, das erfahrt ihr in diesem Video. Montessori wurde 1870 in der italienischen Gemeinde Chiraval in der Provinz Ancona geboren. Schon in jungen Jahren zeigte sich, dass Maria ein besonders begabtes Kind war. Sie besuchte eine technische Oberschule in Rom, was ihren mathematisch-naturwissenschaftlichen Fähigkeiten entsprach und hatte vor, Mathematik zu studieren. Diesen Plan verfolgte sie jedoch nicht gradlinig, da in ihr der Wunsch keimte, Ärztin zu werden. Nun wurde Frauen zur damaligen Zeit ein medizinisches Studium jedoch verwehrt, weswegen Montessori den Unterrichtsminister förmlich um eine Zulassung bat. Dieses Gesuch wurde jedoch abgelehnt. Montessori, die über eine besondere Willensstärke verfügte, verfolgte ihren Plan trotz dieses Rückschlags weiter. Sie erlangte die Berechtigung zum Medizinstudium durch den Abschluss eines Studiums für Naturwissenschaften. Die Grundzüge ihrer Pädagogik entwickelte Montessori als Assistenzärztin in der psychiatrischen Abteilung der Universitätsklinik in Rom, wo sie mit schwachsinnigen Kindern arbeitete. Sie beobachtete fassungslos, wie die Kinder, die in einem Krankensaal untergebracht waren, in dem absolut nichts stand außer Betten, Figuren aus ihrem Brot formten und damit spielten. Sie erkannte, dass die Kinder in dieser tristen Umgebung keine Möglichkeit haben, sich aktiv und intensiv mit sich und ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. In Anlehnung an die Arbeit eines französischen Arztes, der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Erziehungssystem konzipiert hatte, entwickelte Montessori ihre ersten Lernmaterialien. Der Einsatz dieser Materialien war sehr erfolgreich und erregte über die Einrichtung hinaus Aufsehen. Ab 1907 konnte Montessori ihre Untersuchungen auf normal entwickelte Kinder im vorschulpflichtigen Alter ausweiten. Laut einiger Quellen stellte die italienische Regierung ihr zu diesem Zweck ein Kinderhaus in San Lorenzo zur Verfügung, wo Montessori ihr Material und ihre Methoden zur Kleinkinderziehung weiterentwickelte. Ihre pädagogische Praxis weitete sie später auch auf Schulkinder aus. Durch die Pädagogik Montessoris stellten sich, wie bei den Kindern mit besonderem Förderbedarf, auch in den Kinderhäusern und Schulen erstaunliche Erziehungserfolge ein, weswegen es über die Landesgrenzen hinweg zu einer rasanten Verbreitung ihrer Theorie und Praxis kam. Heute ist die Montessori-Pädagogik in fast 150 Ländern verbreitet. Der internationale Dachverband AMI hat seinen Sitz in den Niederlanden. Dort verbrachte Montessori auch ihren Lebensabend. Die Reformpädagogin starb 1952. Schauen wir uns jetzt also die Theorie und Praxis, mit der Montessori so beachtliche Erfolge erzielen konnte, etwas genauer an. Detaillierte Eingehen möchte ich hierbei auf eine kleine Auswahl ihrer Grundannahmen und die daraus resultierenden Konsequenzen für eine gelebte Montessori-Pädagogik. Beginnen wir mit dem Bild vom Kind. Montessori macht in einem Artikel zu ihrer Pädagogik darauf aufmerksam, dass im kollektiven Bewusstsein der damaligen Gesellschaft noch die Annahme vorherrscht, die Kindheit sei nicht mehr als ein Durchgangsstadium zum Erwachsensein. Vor dem Hintergrund dieser Annahme würden noch viele Eltern und Pädagogen davon ausgehen, dass es ihre Aufgabe sei, den kindlichen Charakter zu formen. Disziplin, Gehorsam, Pflichtbewusstsein, Willensstärke usw. müssten von frühester Kindheit an anerzogen werden, damit aus dem unvollkommenen Kind ein vollkommener Erwachsener wird. Montessori grenzt sich deutlich von dieser Annahme ab. Sie sagt, das Kind trägt nicht die verkleinerten Merkmale des Erwachsenen in sich, sondern in ihm wächst sein eigenes Leben, das seinen Sinn in sich selber hat. Das Kind ist also kein unvollkommener Erwachsener, sondern beide. Das Kind und der Erwachsene sind in ihren Augen vollkommene Wesen. Die kindliche Entwicklung wird nicht von außen bestimmt, sondern sie vollzieht sich nach einem inneren göttlichen Plan. Montessori spricht in diesem Zusammenhang von einem schöpferischen Willen. Für ihre Überzeugungen spielte der Glaube an Gott eine so große Rolle, dass sie dafür plädierte, dass wir Erwachsene nicht nur das Kind selbst, sondern Gott im Kinde sehen sollen. Das Bild vom Kind gleicht den Montessoris Vorstellung, also einer Pflanze, die sich selbst entfaltet, wenn die notwendigen Bedingungen für das Wachstum gegeben sind. In diesem Bild bleibend gleicht der Erzieher einem Gärtner, der pflegend und schützend bei einem Entwicklungsprozess hilft, der als ein natürlicher von selbst geschieht. Eine Sache will ich hier noch konkretisieren, damit keine falschen Vorstellungen geweckt werden. Eine Pflanze braucht zum Wachsen ja eigentlich nur Wasser, Erde und Licht. Analog könnte man daraus ableiten, das Kind bräuchte lediglich Nahrung und ein gewisses Maß an Hygiene, um seine Anlagen zu entfalten. Das greift natürlich viel zu kurz. Auch Montessori sagt, dass eine rein körperliche Grundversorgung des Kindes unzureichend ist. Auch die Psyche eines Kindes muss geachtet und gepflegt werden. Hierbei geht es beispielsweise darum, Bedürfnisse der Kinder zu erkennen, ihr Erleben und Verhalten zu verstehen, Beziehungen zu Kindern durch Geduld, Verlässlichkeit und einen liebevollen Umgang harmonisch zu gestalten und der Entwicklung der Kinder Raum zu geben. All diese Aspekte gilt es ebenfalls zu berücksichtigen, wenn von einem Begleitenden Wachsenlassen als der Aufgabe von Erzieherinnen gesprochen wird. Mit diesen Grundannahmen im Hinterkopf ist auch Montessoris Auffassung von Erziehung zu verstehen, bei der es darum geht, der psychischen Entwicklung des Kindes von Geburt an zu helfen. Denn durch diese Hilfe kann sich der innere Bauplan des Kindes entfalten, kann das Kind zu dem werden, wozu es bestimmt ist. Im Alltag rückt die Montessori-Erzieherin eher in den Hintergrund und nimmt eine beobachtende Rolle ein, um den Kindern Raum für selbstständiges Spielen zu geben. Diese Haltung meint jedoch nicht, dass die Pädagogin untätig bzw. passiv ist. Die Umgebung, in der die Kinder ihre Lernerfahrungen sammeln, wurden von ihr aktiv vorbereitet. So wird eine Atmosphäre geschaffen, in der Lernen möglich ist und in der sich die Kinder wohl und angenommen fühlen. Die beobachteten Verhaltensweisen der Kinder müssen verstanden werden, um zu gegebener Zeit Impulse oder Hilfestellungen zu geben, die wieder ein selbstständiges Spielen der Kinder zum Ziel haben. Diese Überzeugungen entwickelt Montessori jedoch nicht nur auf der Grundlage eines philosophischen Bildes vom Kind und christlichen Glaubenssätzen, sondern sie untermauert dies auch durch Erkenntnisse aus der Psychologie. Von besonderer Bedeutung sind für sie die sensiblen Perioden. Sensible Perioden sind besondere Empfänglichkeiten, die in der Entwicklung auftreten. Also Phasen, in denen die Kinder eine besondere Bereitschaft zeigen, bestimmte Fähigkeiten zu erwerben. Das betrifft alle Bereiche der menschlichen Seele, wie zum Beispiel das Zurechtfinden in der Umwelt, das Beherrschen der eigenen Bewegungen, mathematisches Verständnis oder die Fähigkeit zu sprechen. Montessori vergleicht diese besondere Empfänglichkeit mit einer Lichtquelle, die einen kleinen Teil der im Dunkeln liegenden kindlichen Psyche ausleuchtet. Die ganze Wahrnehmung des Kindes fokussiert sich mit einem Mal auf diesen einen Bereich. Ihr könnt euch diese sensible Periode auch als Entwicklungsfenster vorstellen. Der Vorhang vor diesem Fenster ist zugezogen. Mit Beginn der sensiblen Periode öffnet er sich und ermöglicht den Blick durch das Fenster nach außen. Es entsteht eine besondere Verbindung zwischen der Innenwelt des Individuums auf der einen und der Außenwelt auf der anderen Seite. Ein besonderer Kontakt zwischen diesen Welten wird möglich. Kinder, die eine solche sensible Periode durchlaufen, zeigen ein hohes Interesse an bestimmten Tätigkeiten. Sie versinken in ihrem Tun, sie haben Fragen und entwickeln Hypothesen, zeigen in ihrem Verhalten Begeisterung und Lebensfreude. Montessori schreibt, In dieser herrlichen Geistesflamme, die brennt, ohne zu verzehren, vollzieht sich das Schöpfungswerk des geistigen Menschen. Wie der Begriff Periode ja schon deutlich macht, ist die besondere Empfänglichkeit zeitlich begrenzt. Nach einer Weile zieht sich der Vorhang vor dem Fenster wieder zu und ein Neuer öffnet sich. Im besten Fall hatte das Kind genug Zeit, um die entsprechende Fähigkeit zu entwickeln oder zu erweitern. Aber was ist, wenn dem Kind nicht die Möglichkeit gegeben wird, sich entsprechend des inneren Impulses zu entfalten? Beispielsweise, weil die Erwachsenen ihre eigenen Interessen aufdiktieren und dem Kind Tätigkeiten vorgeben? Oder weil aus der Umwelt, zum Beispiel aufgrund einer totalen Überflutung, nicht die Reize aufgenommen werden können, die für das augenblickliche Entwicklungsstadium gerade besonders vorteilhaft sind. Montessori sagt, dass ein solch unbefriedigtes Bedürfnis heftige Ausbrüche und Verzweiflung zur Folge haben kann. Und schlimmer als das, wenn ein Kind die Möglichkeit der Entwicklung einer bestimmten Fähigkeit während einer sensiblen Periode nicht nutzen kann, dann hat es seine natürliche Chance verpasst. Diese Gelegenheit ist für immer vorbei. Die Fähigkeit, nachträglich zu erwerben, ist nur mit einem hohen Aufwand, mit Mühe zu leisten. Lasst uns das am Beispiel der Sprachentwicklung verdeutlichen. Ein Kind, das zweisprachig aufwächst, erwirbt beide Sprachen auf eine natürliche Art. Wenn ich die Zweitsprache jedoch als Fremdsprache erst in der Schule erlerne, also dann, wenn die sensible Periode bereits beendet ist, dann muss ich mich ziemlich anstrengen, Vokabeln fliegen mir nicht zu, sondern ich muss sie pauken. Grammatik erschließt sich mir nicht auf eine intuitive Art und Weise, sondern ich muss sie mir mühsam erarbeiten. Ich möchte euch ein noch extremeres Beispiel geben, um Montessoris Idee der Existenz von sensiblen Perioden zu veranschaulichen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde in einem Wald im französischen Departement Averon ein zehnjähriger Junge entdeckt. Dieser konnte nicht sprechen. Er erkannte sein eigenes Spiegelbild nicht, er schlief am Tag und ernährte sich hauptsächlich von Eicheln, Nüssen und Kastanien. Zudem blagten ihn Wutanfälle. Ein Arzt nahm den Jungen auf und versuchte ihm das Sprechen beizubringen. Welche Folgerungen können wir aus diesen Überlegungen nun für eine gelebte Montessori-Pädagogik ziehen? Zunächst können wir festhalten, jedes Kind hat seine eigene Zeit, seine eigene Struktur, wann und wie es etwas lernt. Der Impuls für den Beginn und das Ende einer sensiblen Periode kommt stets von innen, aus dem Kind heraus und kann nicht von außen geleistet werden. Dass die sensiblen Perioden vom Kind positiv zur Entwicklung verschiedener Fähigkeiten genutzt werden können, kann jedoch sehr wohl durch die Umwelt unterstützt werden. Beispielsweise durch das Organisieren der äußeren Entwicklungsmittel, an die von Montessori kein geringerer Anspruch gestellt wird, als dass in ihnen ein materieller Abdruck der inneren Entwicklung liegen soll. Bei diesen Entwicklungsmitteln geht es um die Montessori-Materialien, die sich im Übrigen auch heute noch großer Beliebtheit erfreuen und auf die ich im Folgenden noch kurz eingehen möchte. Es handelt sich bei diesem Material in den Augen Montessoris nicht um Spielzeug, sondern um Arbeits- oder auch Entwicklungsmaterial. Ich sagte ja eben, dass Montessori mit ihren Entwicklungsmitteln die innere Entwicklung des Kindes abbilden möchte. Die Entstehung dieser Montessori-Materialien ist somit nicht beliebig, sondern ihr liegt eine Forschungsfrage zugrunde. Was sind die Mittel, die für die psychische Entwicklung eines Kindes notwendig sind? Mit ihren Untersuchungen bezüglich dieser Frage begann Montessori, wenn ihr euch erinnert, ja schon als Assistenzärztin in der psychiatrischen Abteilung der Universitätsklinik in Rom. Mit der Zeit entwickelte sie eine Reihe grundlegender Merkmale, man könnte auch Kriterien sagen, denen ihr Material genügen muss. Zunächst muss eine einzige Eigenschaft im Material isoliert werden. Hierzu ein Beispiel aus der Materialgruppe zur Sinnesschulung. Die Montessori-Glocken sehen alle identisch aus. Sie unterscheiden sich also mit Blick auf die Merkmale, Formen, Größe, Beschaffenheit usw. nicht. Die isolierte Eigenschaft ist hier der Ton, den die Glocken beim Anschlagen machen. Die Differenzierung konzentriert sich klar auf eine Eigenschaft, was das Interesse am Unterscheiden bei den Kindern unterstützt. Wichtig ist Montessori darüber hinaus, dass die Materialien durch ihre Ästhetik eine Anziehungskraft auf die Kinder haben. Die Farbe, der Glanz, die Form, all das soll die Kinder ansprechen, ihr Interesse wecken und zum Ausprobieren und Benutzen einladen. Gleichzeitig bringen die Materialien durch ihre Ästhetik ihre Bedeutung zum Ausdruck. Die Materialien selbst verlangen einen respektvollen und pfleglichen Umgang. Denn sie sind etwas Besonderes. Natürlich sollen die Materialien aber nicht nur schön aussehen. Sie müssen den Kindern auch Anregungen zum Handeln bieten und dadurch Aktivität ermöglichen. Zum Beispiel durch das Vorhandensein von kleinen Gegenständen, die verrückt und geordnet werden können. Ein viertes Merkmal, das Montessori-Material aufweisen muss, ist die mengenmäßige Begrenzung. Ein sehr interessantes Merkmal, wenn man sich ein typisches Kinderzimmer von heute oder die Masse an Geschenken, die den Kindern bei einem Familienfest überreicht werden, vor Augen führt. Montessori glaubt, dass eine ungeordnete Vielzahl von Dingen die Seele mit neuem Chaos bedrückt, wohingegen eine Begrenzung Ordnung in den Geist bringt. Außerdem soll das Material, wenn möglich, eine Fehlerkontrolle einschließen. Veranschaulichen kann man dies anhand des Materials Holzblock mit Einsatzzylinder. In dem Holzblock befinden sich Vertiefungen, in die die Zylinder eingelassen werden können. Wenn ein Zylinder am Ende nicht passt, dann ist dem Kind irgendwo ein Fehler unterlaufen. Das Material soll so das Bewusstsein der Kinder für eine Fehlerkontrolle sensibilisieren, die über den Gebrauch von stofflichen Materialien hinausgeht. Heute wird das Montessori-Material in fünf Materialgruppen gegliedert. Es gibt Material zur Schulung der Sinne, Übungen des praktischen Lebens, Material für die Bereiche Mathematik und Sprache und Material zur kosmischen Erziehung. Ich konnte übrigens nicht abschließend klären, ob diese fünf Materialgruppen von Montessori selbst vorgeschlagen und ausgearbeitet wurden oder ob diese Systematik erst nachträglich eingeführt wurde. Was von Montessori stammt, sind die acht Dimensionen umfassender Menschenbildung, die ganz eindeutig Überschneidungen mit den fünf Materialgruppen aufweisen. So werden auch hier sprachliche Bildung, mathematische Bildung und kosmische Erziehung angeführt. Sinnliche und lebenspraktische Bildung findet man jedoch nicht. Stattdessen wird die umfassende Menschenbildung bei Montessori durch Friedenserziehung, religiöse Erziehung, stille Erziehung, sittliche und soziale Erziehung und musisch-künstlerische Bildung kompletiert. Falls jemand von euch genaueres dazu sagen kann, teilt mir das gerne in den Kommentaren mit. Soweit mein kleiner Überblick über die Grundlagen der Pädagogik Maria Montessoris. Womöglich könnt ihr jetzt etwas besser nachvollziehen, warum ihre Pädagogik auch heute noch viele Bewunderer findet. Wenn ihr nochmal was nachlesen möchtet, dann werft gerne einen Blick ins Skript zum Video. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.